hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hofbergmann mit dem tigerfahren warte warte ich bin da habe gar nichts drin ich stehe zu weit weg das ist das problem was machst du einmal mit profis jetzt fahr weiter ja du sagst das doch so ich am baum auftanken oder was herunter unter mein rohr nur weil du keine loge kennst ach du mich will zurück weg zu fahren gleich so dann fahre ich gerade mal runter fülle die kisten von den kartoffeln auf dass man dir zuerst die hühner vielleicht bei dir haben die beiden kisten sind ja da fahre ich ja haben die gar nichts mehr zu fressen wir haben noch was aber nicht mehr das reicht ja noch über 1000 liter werden übermorgen kommen kommen nicht mal bis morgen heute bis morgen heute wir kommen nicht mal bis morgen heute wir kommen heute nicht mal bis morgen lecken das jetzt bis zum hallo immer kommen gerade die kisten um das ist nun bei mir nicht bei mir nicht das ist nur stürmer genau stürmer ich meinte zumindest dass hier kartoffeln reingehen naja hier kann man schon ausladen alle kinder noch 100 liter rein willst du mich veralbern ich kann mir die anderen auch noch aber man kann sie noch mehr kisten kaufen oder ja kosten aber geld ja was kosten die ich bin am ernten ich schau mal gleich machen keinen stress hier wieso ich ich mach ich mach nie stress kisten kann man auch die großen kisten hinstellen kartoffeln geht rein ich glaube die kannst du aber noch nicht tragen doch doch die die ich meine die müssen gehen das sind die mittleren plastik kisten ich probiere das gleich mal ich probiere das gleich mal dann können wir die kisten die 1000 liter oder was die 500er das ist aber klein nicht mittel das mittel das ist klein steht noch dran zwischen kiste und großer kiste ist das mittel also das ist eine große kiste da geht tausend liter rein in mittlere da geht 500 rein und die kleinen holzkisten gehen nur 100 rein holzkiste und kiste ist was anderes ich glaube du arbeitest später mal bei vielmann warum denn bei vielmann kennen sie die werbung im fernsehen nicht einer der es ganz genau nimmt oder ist es vielmann ich glaube dass vielmann oder es ist apollo keine ahnung keine werbung ein ein nicht aber so die kartoffelkisten sind voll jetzt probiere ich die kiste hier noch zu befüllen und zu tragen und dann sehen wir mal wer recht hat hier womit denn recht hat evola die kann man tragen und die türe ist vielleicht nicht breit genug doch so stell dir mal da ja und oder du bist zu dick ich hoffe mal dass die kiste überhaupt verkauft werden kann so und dann holen wir hier warte mal da ist ja hühnerfutter mache ich die kiste auch noch voll mit kartoffeln ich hoffe mal dass die halt befüllt äh verkauft werden wenn die da stehen wie voll bist du denn na beim händler im hofladen hofladen zweiter punkt gibt es nicht so wie voll bist du denn ich bin fertig wie fertig ja fertig ich komm ich bin fertig 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 gut dann haben wir ja ordentlich was gearbeitet heute du auch ich ich hab gearbeitet ich hab hallo ich hab zwei folgen lang hier Kartoffeln geerntet kommst du wo willst du denn hin du musst dir doch sowieso zurückgeben ich würde dir entgegen kommen ich würde dir entgegen kommen aber da fände wohl zu klein immer diese möchte gern groß traktor fahre groß traktor ist mittelgroßer traktor bist du jetzt fertig schon ja ist gar nichts reingekommen komisch meine ist leer ja passt dann kannst du ihn erst zurückgeben kannst du auch machen das kann ich auch machen wenn ich das wollte wird von deinem gehalt abgezogen hab ich doch schon gemacht was hast du denn das von deinem gehalt abgezogen das wurde nicht gemacht weil ich nichts getan hab steht da dran wie viel da drin ist ne gell wo bei den kartoffeln von 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 an die warte da steht ja hühnerfutter am hof was immer ein frontlader drin oder ich kann glaube ich kein ich bin gerade am wasser aufhören ja natürlich der einzige frontlader mach dir doch einen dran hast du ja 15.516 immer geld aus dass er nicht besitzt besitze ich mein konto ja 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 dann warte mal ich könnte hier noch ein bisschen zwillings bereifung oder so für 5000 ach doch dein geld ach jetzt plötzlich es ist unser geld sagen wir mal so da habe ich den frontlader abgestellten dann brauche ich den mann wie heißen die komischen säckgitter alles auf einem das teil hier brauche ich den bigback lifter weil damit kriegste das futter direkt rein gefüllt da lasst es doch und lasse ich ihn gleich stehen und dann kannst du es gucken wie du rauskommst ich habe auch nicht dann gemacht ist ja wurscht ich steige extra in die scheiß karte ein damit ich sie dir weg fahre und du machst blödsinn kann man hühnerfutter herstellen ja ja So, gut. Das Ding da oben drauf, dann kann es sich selber nachbefüllen, wenn es braucht. Das soll ich nicht. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Saatgut können wir leider nicht herstellen. Noch nicht. Wie schaut es denn mit Mist aus? Ich fahre wieder Milch zum Ding. Das haben wir 2000. Mist. Da würde ich mal hier den Mist nochmal rüberkarren. Alter, sieht das süß aus mit dem John Deere fast. Das gehört ja auch nicht an den großen Dinger an. Doch. Ähm, wo steht denn der kleine Straubmann da hinten? Damit komme ich nämlich ein bisschen besser bei den Dings da rein. Wie heißen die? Gewächshäuser. Ähm, dann nehme ich Wasser mit. Jo. Wenn es dir genehm ist, Herr Schavaruna. Hast du die Milch jetzt da außen reingekippt? Ja. Ja. So unnötig. Du kannst sie direkt von dem Fass rausnehmen. Du machst immer zwei Arbeitsschritte für einen. Ja. Na und? Lass mich doch. Jumai. Oh, morgen erste beiden Stunden frei. Ja. 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 Ich bin fast in die Schaufel. Ähm, 900 irgendwas. Dann können wir am Konvoi fahren. Das ist ja glaube ich auch 53. Ja. Dann fangen wir gleich in Konvoi. Nein. Ich könnte es auch alleine fahren. Und ich springe hoch. Nein. Nein. Nein, warte. Lass zusammen hoch fahren. Warte, ich muss eh noch Wasser aufnehmen. Ich springe fertig. Ich kann es ja schon mal Richtung Stohlaugger fahren. Summi. Wie guck mal. Ich bin so weg. Und ich kann es ja auch zurück. Mh, du, 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 du. den hier haben wir den anhänger ich glaube wir müssen in der nächsten folge mal wieder ein bisschen holz machen wir haben sowieso nichts zu tun doch gewächshäuser ja und du könntest auch noch das kleine feld ansehen aber sämaschine haben wir ja nicht die haben wir doch gekauft die sämaschine für kartoffeln ja willst du dann noch mal kartoffeln anpflanzen ach so ja ja er gibt gummi die gummi die jetzt wenn man dann einfach die gewächshäuser das machen wir in der folge heute noch das dauert ja nicht lang werden wir die anderen gewächshäuser auch etwas befüllen in jedes 500 rein oder so ich habe in fast jedes wasser im jahr macht mist nein wasser ja kannst mal gucken ob bei allen wasser fehlt wenn nur bei denen mit mistwasser fehlt dann produzieren auch nur die jetzt haben wir wie viele kartoffeln haben wir jetzt ungefähr was denkst du 30.000 40.000 ja 30 40.000 denk ich ja 30 bis 40.000 aber jetzt einfach nur rumliegen gell aber verkaufen verkaufen wir verkaufen die nicht sondern wir machen dass die schweinefutter und verkaufen das wenn es denn mal geht wenn es dann geht aber ich guck mal gerade kartoffeln was die im hofladen bringen 500 also ist eigentlich schon mal gut euch steht noch so eine kiste rum ist das wahr ja hier stehen überall diese kisten rum also ist es nur deko oder können wir die benutzen ich denke die können wir benutzen ne ist deko so ich mach mal gerade alle auf dass ich hier nachgucken kann da ist mist 3657 da muss auch noch ein bisschen was rein ok mach ich in jedes mal 500 rein oder so mach das ich wäre bereit zum rückantritt ja moment Moment äh ich glaub ja das war noch voll ja das war glaube ich ja war voll mit Wasser das hier ist nicht voll mit Wasser ja warum nicht weil es nicht gereicht hat ja nicht voll aber es ist was drin ja es ist das ist 3000 drin hier ja das reicht ja tschüss ich verstecke mich in den Tomaten so die vorne kannst du alle wieder zumachen alter der Hubwagen steht voll im weg welcher Hubwagen der da hinten steht dann ach der hier ist noch kein Wasser drin ich habe alle voll gemacht nein mit Wasser nicht hast du aber gesagt ja fast alle man ja mach das hier auf da ist schon was drin ja 294 die sind im anderen Meer drin ach sieh da dann hast du ja eine Aufgabe fürs nächste Mal gut das war es dann von dieser Folge die Wechselse sind so weit erst mal befüllt ähm das wird uns hoffentlich heute Nacht gutes Geld bringen also wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da alles klar das wie immer und bis morgen müsst ihr noch zu machen oder nicht ja ciao ciao